Ein herzliches erfrischendes Moin Moin und herzlich Willkommen zu EZOVERWASH Wir haben schon ein paar Sekunden gespielt, umgedacht zu sein, eine Minute Und dann, äh, sollen wir eigentlich aufnehmen? Ja, wir haben so geplaudert, weißt du, war quasi gerade reingekommen, war ein bisschen plaudert Aber jetzt gönnen wir uns mal, wir sollen verteidigen Das läuft ganz gut gerade, ne? Wir haben ja eigentlich zwei Torbjörns Können wir nicht haben Ich dachte grad, ne ich dachte mich nur wegen zwei Geschützen gewundert, aber wahrscheinlich hätte Torbjörn direkt wieder Neues aufgestellt Ah, ich bin tot Nein, ich hab ihn nicht getroffen, nein, nein, nein Ach schade, ich hab vergessen den Dings aufzustellen Da rollen die Nüsse dahin Ja, den, äh, den, äh, Teleporter Oh, das war's The Payload The Payload The Payload The Payload Das Video kennst du uns auch Ja Das ist so geil Mit, mit Senjata Ja, das kenn, das hab ich auch schon gesehen Es gibt auch nen Neues mit Junkrat Es gibt so viele lustige Und da kommt ein Mei und friert ihn ein, ne? Hey, diese Farah Das ist ein Soldier über uns Ah, Mama Oh Gott, das ist so klar Ich hab ihn nicht getroffen mit meiner Was macht unser blöder McCree da? Hast du den Satz so ulti-ready, oder? Ja The Payload The Payload The Payload Nein Unser McCree möchte sich jetzt von hinten heranschleichen Und ist gestorben, ne? Ich mach grad auch nur Scheiße Oh Gott Hey Vom Torbjörn Mein Ultimator ist jetzt so sehr däh Wie findet ihr eigentlich die neue Symmetra? Zu stark Oh Gott, da kann man so weit Zu stark Ja Aber ich kann mit dem Schild bisher noch nicht so viel anfangen irgendwie Damit hab ich jetzt gerade McCree's Ulti geforced Geblockt Mhm Ich find sie zu stark Sie macht mit ihrem Dings jetzt viel viel zu viel Schaden Das find ich mit ihrem normalen Schuss Mit ihrem normalen Schuss Woll grad sagen Aber die Reichweite ist ja immer noch relativ gering Die Reichweite ist super lang geworden Die wurde jetzt gebufft, ja Und auch vor allem Ich weiß, dass die gebufft wurde Das ist immer stärker wert Maaaann, ich sterbe die ganze Zeit nur Aber persönlich das Schlimmste finde ich halt einfach dieses Dass das neue Meta geworden ist Einfach sie zu boosten mit Anna Und dann geht's los Dann geht's einfach rund Dann hast du Dass die dann Damage rauskriegt Das ist lächerlich Die drückt ja so schon viel zu viel Damage raus Ja Ja, aber sie hat dann wenig Leben Ja, aber wenn Anna Vorab hier ein Plussymmetra Schildgenerator Wo du kommst auf 350 Leben Ich bin instant tot Ich kann nicht mal meine Ulti einsetzen Und ich bin fucking No-Talk Halo hat das Ding erreicht Der Hanzo macht an Ja, der Hanzo ist richtig krass hier, ey Was denn noch kennen? Wir wollen alle ab, die ganze Zeit Ist so weit weg ja nicht Außerdem habe ich heute irgendwie kein Zielwasser getrunken Ich treffe meine Hooks nicht Die spawnen jetzt halt auch direkt hier, ne? Ich will, protect euch Ja gut, aber wenn ich mal unserem Soldier zugucke Da könnte man meinen, der spielt mit Controller Tut er bestimmt auch Er stand grad einfach auch total still und letztlich einfach abkneiden Das ist also Ein Bastion oder so könnten wir wohl Ich nehme mal lieber Ich nehme Winston jetzt Ah Winston reporting Winston reporting Oh god Und jetzt gleich wieder Mcree Und das ist direkt hinter uns Wow guys Die snipen alle weg Zweiter Tank wäre vielleicht auch nicht übel bei uns Ah ok, ich bin tot So So Hatten sie habe ich schon mal Oh Widow, ey Designata Skin ist so geil Das Holder macht halt auch Oh ne Mcree Name ist Mcree Name ist Mcree Ja ja, ich lauf halt rein und versuch die zu killen Ich mach so viel Schade Sehr gut Maxi Teleporter offline Killt sie Killt sie Killt sie Nein, oh ist noch ein HP Der scheiß hat so Mann Und ein hinter uns Hat uns im Visier Hat uns im Visier Und nur noch 3 HP Das ist Senior Tomalto 60 Sekunden 60 Sekunden Ja wie kann das überhaupt sein Das Das wir sie Wie kann es sein Das was Dass wir sie überhaupt schon so lange aufgehalten haben Was? Was ist schon wieder instant tot? Beim ersten Punkt hat das lange gedauert Mann, ich möchte nicht mehr mitspielen Darf ich aussetzen? Bitte? Klar Hi Hi Halter ist ein extra teacher Ich lieb dich frech auf unsere Arter Oh meine Ulti ist real da I will put you in your place Oh oh Oh, Anne dreht durch Anne, Anne Anne Ja? Ruh hier Du wirst immer so zum Appen wenn du Wenn du keine Oh man, ich fühle euch alle Helden schlecht. Vielleicht brauchen wir auch einfach einen Reinhardt. Ich würde auch einen Reinhardt spielen, wenn ich nicht so scheiße wäre als Reinhardt. Ja, kenn ich. I know the feeling. Alle Helden und so, ne? Passt schon, passt schon. Alle Tanks, geht schon klar. Sogar Diva. Aber Reinhardt, äh, ich habe immer das Gefühl, ich bin richtig nutzlos als Reinhardt. Echt? Ja, ich auch immer. Also ich kann das Schild, ich kann rechts klicken und das war's denn. Ich habe das Schild und mehr kann ich aber auch nicht mehr als Reinhardt. Reinchargen, schmeißen. Ja, weil wenn ich reincharge, werde ich beim Chargen erschossen schon. Ja, so genau. Ich bin bereit. Ach, Mann! Ich weiß nicht mehr, welchen Helden ich spielen soll. Diva? Oh Gott, hinter uns. Haha, sehr gut, Maxi. Ich habe das Schildding aufgestellt vorne bei uns. Seht ihr ja selbst. Welches Schildding? Was macht das? Gib dir ein Schild. Schildgenerator, 25, äh, 75 Leben mehr. Das ist die neue Ulti. Äh? Die ist richtig geil. Ich dachte, die Ulti ist ein Portal. Ne, die hat eine zweite Ulti bekommen. Und wie setzt man das? Die hat eine zweite Ulti. Kuh? Genauso. Das ist entweder du willst den Portal-Dings oder du machst den Schild-Dings. Der Genji ist hinter uns, ne? Weiß. Ja, so viel ist hinter uns gerade. Eine Mei zum Beispiel. Genji höppt hier rum. Ach, fuck. Oh, ich bin da. Wurde ich richtig hart geraped, ey. Unser Hanso läuft auch ganz woanders rum. Das sind immer diese Posts, die versuchen zu flanken und dann tauchen sie Ewigkeiten zum Flanken, ne? Ja. Naja, aber wir schaffen es jetzt. Nächst mal kriege ich dich, du scheiß Dreckssoldier. Pass auf, Nerf this. Nice. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich auch nicht. Coole Pose, Goro. Ja, der... Hey, 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 hey. Oh, not bad war der. Das war da, als er... Ach, das war deren. Ich. Hä? War unser Hanso. Das war gerade am Ende. War das unser? Hä? Wollte gerade sagen, das war nicht der andere Hanso. Weil wir hatten noch keine Pharoah auf unserem Team. Aber hatten die eine Symmetra? Hä? Ich bin verwirrt. Doch, das war unser Hanso. Ja. Oh, guck mal. Und Frank. Und ein Frank. Frank. Oder wie der heißt, 89. Frank. Guck mal, der ist schon 89. Schon 89 und spielt immer nach Overwatch. Das ist mir egal. Gaming kennt keine Grenzen. Ach nee, kennt kein Alter. Warte mal. Kennt kein Alter. Doch, auf den Spieleboxen früher stand immer drauf von 9 bis 99 oder so. Das heißt, mit deiner Omi, die 100 geworden ist, darfst du das nicht mehr spielen. Die frisst die Dinger nämlich auf. Die können es gar nicht mehr. Soll ich noch eine Runde dranhängen, oder? Ja, wir machen eine Runde noch dran. Weil wir auch zu spät aufgenommen haben. Ja, genau. Kann man ja nicht anders sagen. Wir haben es abends auch erkrackt. Versuch es nochmal mit Roadtalk. Das heißt, weißt du, so kleine Kinder fressen die Dinger ja auch. Alte Menschen halt auch. Man sagt ja auch immer, so alte Menschen werden wieder wie kleine Kinder. Sabbern, Windeln, unselbstständig. Das ist ganz schön altenverachtend, was ich hier gerade sage. Ich finde den Nussknacker-Dings, du kannst auch Zenyatta spielen, wenn du es lieber willst. Wir brauchen noch einen Angreifer. Ich finde den Zenyatta-Skin cool, aber ich finde den Ra-Skin cooler irgendwie. Ja, wobei bei Zenyatta, finde ich, gibt es noch keinen so richtigen. Keinen, wo man sagt, geil, oh. Der ist richtig geil, genau. Und was eigentlich auch cool gewesen wäre, das hatten wir es gestern schon mal irgendwie drüber, glaube ich im Stream, dass statt Nussknacker irgendwas mit Weihnachtsbaumkugeln auch witzig gewesen wäre. Weißt du, statt Nüssen irgendwelche so rote Weihnachtsbaumkugeln oder so. Nussknacker ist schon ziemlich cool. Ist schon witzig, ja. Ich habe ja den Ro-Talk, äh, was geben hier. Ist das geil, mein Mäuslein ist, I will not juggle. Ich werde nicht jugglieren. Ja, ja, genau. Ja, und die von Genji, die ich habe, die ist, Jisa, Shushung-Chu. Ja, das ist ja auch ein lustiger Spruch, ne? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ist auch ein lustiger Wortwitz, auch, ne? Äh, was? Ich habe keine Ahnung, was das heißt, Mann. Ja, genau, was sagt er denn überhaupt? Der sagt, Schießer, Shushung-Chu. Ich werde nicht besser mit meinem Aim hier. Die haben eine Symmetra... Wir haben auch eine Symmetra. Jetzt haben sie keine Symmetra mehr. Ich hatte auf Twitter ja geschrieben, was ich letztens hatte mit den Randoms, die dann plötzlich eine Gruppe... Deswegen war die neue Methode, dieses als Gruppe zusammenbleiben... Ach, du heiliger Kacke. Wo kommt der denn jetzt her? Nicht durch den Tunnel gehen, das ist alles voll mit Symmetras-Dingern. Alles voll mit Symmetra. Ich dachte schon, alles voll mit Symmetra. Oh no. Ne, da waren Randoms und dann unten dieses Stay-as-Group unten rechts. Haben da alle gemacht und dann haben wir zusammen gerankt. Vier Spiele haben wir gewonnen. Aber nach den vier Spielen gab es dann eine Niederlage und dann ist die Hälfte rausgegangen. Ja, wie immer. Never change a running system. But when it's not running, change it quickly. Vor allem, wir hatten halt so knapp verloren. Hilfe! Das ist der Soldier, der tötet mich. Mama! Wer tötet dich? Keiner. Haben wir Healing? Nur mich. Das ist so ein McCree hier an der Seite, ey. Hahaha. Soll, jetzt kommt hier so ein... Ich hab keinen Bock zu sterben. Leck mich. Hinter die Hande! Ich hab meinen Haken reflektiert. The Payload. The Payload. The Payload. The Payload. Da kommt Yugo zu hoch. So. Nix mit Yusuke Kano. Oh Gott! Yusuke, sit da uns, sit da uns. Ah! Der ist tot. Ah! Bekrieg! Oh. Oh mein Gott, sie leben alle wieder! Und Helden sterben nicht. Ich hab das Gefühl, die Heilung würde uns ein bisschen mehr bringen. Ich glaub, Lust, wir haben. Ich bin ausgerastet. Oh Mann. Oh, jetzt hab ich aber vier Goldmedaillen durch meinen Ausrast. The Payload is holding. The Payload. Und direkt kommt wieder ein Soldier hier raus. Die sind... Wir haben noch nicht so richtig die... Oh nein. Die... Die gute Kombo rausgeholt irgendwie. Ne. Und der Hanso hat ja eine Ultimate ready dafür. Aber hat... Wann hat Zaya denn ihre Ulti? Weiß ich nicht. Noch nicht gemacht? Ey, what the fuck, Symmetra geht voll ab! Holy shit, wie schlägt ein ja einfach, wenn er aufgeladen ist. Symmetra macht dich richtig kaputt. Ja, wenn ihr Strahl aufgeladen ist, hast du halt... ...200 Health Hero keine Chance. Keine Chance. Dann macht sie direkt... Keine Chance. Das ist einfach mal so 30 Damage per Sekunde oder sowas. Die geht gut ab, ey. Man, der Soldier hackt mir die ganze Zeit am Arsch. Oh nö. Nice, jetzt macht der... Sari hat ihre Ulti gemacht für Rotor. Für einen. Und den nicht mal getötet. Nein. Doch, hat er... Jetzt aber... Ja, hab ich hier gemacht. Symmetra down. Oh, da ist die Mercy. Killed Mercy. Oh, da ist die... Komm, jetzt hier, du Arsch! Ich lasse aus! Nein! Toll. Das muss ich jetzt runterpegeln. Das kannst du ja keinem anbieten. Hinter... Oh, Junkrat. Kannst du ja keinem anbieten. Ey, jetzt killt ihr nicht mal McCree, wenn er direkt... Ey, was macht unsere fucking Saria da? So, jetzt lass mal zusammen... Ich bin tot. Okay, tschau, bobo. Lass mal zusammen hingehen. Und alle sterben. Eins, zwei, drei. Aber jetzt ist das auch nicht... Jetzt ist eh gelaufen. Jetzt haben wir es zum Metra. Nice. Anstatt Saria. Nice. Das war der... Genau der Wechsel, der uns gefehlt hat, finde ich. Naja, die Frage war, warum hatten wir drei Tanks? Das war halt auch nicht wahr. Am Anfang hatten wir gar keinen Tank. Ach komm, Leute, jetzt haupt mal hier ein bisschen rein. Schieb den Wald, schieb den Wald, schieb den Wald zurück zum Meer. Jawohl. Yes, Sir. Für sie immer noch, Sir. Nein, für dich auch, Sir. Sir, Wahl. Nein! Wieso killt dann keiner Mercy? Die lebt immer noch. Ich weiß nicht. Ich sehe die nie. Und wenn doch, dann rennt sie weg. An die Payload, go! The Payload. Nein! The Payload. Oh nein, Hakuna Matata. Hakuna Matata? Oh, so heißt der. So heißt der. Ja, wir haben den Checkpoint erreicht. Wir haben den Checkpoint erreicht, ja. Aber hinter uns sind mega viele noch. Oh my God. Ja, die haben es ja nicht geschafft, uns aufzuhalten. Noops. Hier liegt ein toter McCree. Wo ist er? Hinter uns. Tot. Doppel kill? What? Doppel kill. Gibt Mercy mal einen mit. Wie kann es sein, dass ich immer dazwischen hucke? Ich laufe echt so in einem Schlock rum. Am Ende. Ja, und weißt du, die laufen in so einer Herde und ich treffe die Lücke. Jetzt hab ich ja toll. Goro hat meinen Job übernommen. Und Mercy wieder. Hey! Da sind wir dabei. Das ist prima. Wie war cool. Vier sind von denen sind tot. Mercy holt. Gut, das hat dir auch nicht geholfen. Sind trotzdem alle wieder gestorben. Der Checkpoint ging nochmal flott jetzt. Bei denen aber auch. Das ist... Der ging ja mal flott. Ja! Go guys, I get the beat. Das ist ein Soldier? Oben rechts. Ich bin tot. Oben rechts waren sie alle drin. Also einfach schieben. Oh, guck mal, der kommt alle von hinten. Rockle, ich hab Barrage fertig. Da ist Mercy wieder. Lass mich raten, Mercy hat gleich wieder ihre Ultimate. Die hat sie jetzt schon. Die haben einen Teleporter. Irgendwo hinter uns ist ein Teleporter. Hör, what the fuck? Ich bin an der Wand hängen geblieben. Au! Mama! Sie lebt immer noch. Wie kann das sein? Wer denn? Mö, es ist nicht. Ich hab so hoch zweimal angeschossen. Nee, ich lef. Die Payloads. Die Payloads. Da ist er! Der Teleporter lädt immer noch. Wo seid ihr denn alle? What the fuck? Ich bin tot. Holy shit. Bleib am Leben. Der kommt. Der kommt. Der bleibt am Leben, deswegen. Ah, du bist jetzt, bist jetzt ein, ein Luzio. Schon die ganze Zeit. So, ich hab erst mal Mercy gekillt mit nem Faustschlag ins Gesicht. Oh, ich bin tot. Ah, Symmetra ist tot. Meine Ulti ist jetzt auch ready, aber ich weiß nicht, ob das noch reicht. Ich kann wahrscheinlich nie mehr pünktlich hin. Ah, ihr habt's geschafft, oder? Ne, noch nicht. Doch, Loi! War keiner hingegangen, ist von dir zu Pillow. Hehehe, Noobs. Holy shit. So macht man das nämlich richtig, Leute. Man sagt heimlich Noobs und schreibt dann gegen den Chat. Symmetra. Wir haben das langweilige Highlight. Das war da, ja, das war da, wo die uns drei weggeschmurr ist in Hand, so. Also, dann, ne McCree. Ach, Ulti, unterbrochen noch. McFly. Oh, mein Fass noch runtergefallen. Ja, ich wollte sie noch runtergeschubst, aber er so sagt. Ja. The Payload. The Payload für Maxi McFly. Also, mir kam das nicht so vor, als hätte ich 50% meiner Haken getroffen. Mir kam das eher so vor, als hätte ich so 10% getroffen, oder so. Mir kam es nicht so vor, als, äh, ich weiß es nicht. So, was sagen Sie zu diesem Klappensieg? Mike, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir bleiben ein Team. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Wir bleiben ein Team. Tschüss.